Infinite Darkness, die neue Serie von Resident Evil oder überhaupt die erste Serie von Resident Evil jetzt auf Netflix zu sehen, für alle die Netflix-Account haben, selbstverständlich. Ob die Serie gelungen ist und für wem sich das Zuschauen überhaupt lohnt? Hier in diesem Video. Ja Freunde, das Ganze ist so eine Kurz-Review und sollte möglichst ohne Spoiler funktionieren. Nichts, was hier verraten wird, haben wir nicht auch schon einen Trailer erfahren oder erfahren wir in den ersten Minuten der Serie, ich hätte es schon fast gesagt, des Films, denn von der Dauer könnte man tatsächlich sagen, ey, das dauert genauso lange wie ein Film. Die Serie hat vier Folgen, 20 bis 25 Minuten. Dass es trotzdem als Serie verpackt wurde und nicht als Film, ist eine richtige Entscheidung, denn ein Film, der hat völlig andere Spannungsbögen und hier sind die Spannungsbögen sehr gut gesetzt. Am Anfang der Story, in der Mitte passiert nochmal etwas, am Ende passiert nochmal etwas und es endet immer mit einem Cliffhanger. Ich selber bin Resident Evil Fan und ich muss sagen, ja, ja, es gefällt mir sehr. Es ist wirklich, ich habe es im letzten Video gesagt, eine undankbare Aufgabe, Resident Evil oder überhaupt ein Game im Filmformat zu verpacken. Und es ist gelungen. Was hier gelungen ist und was dem Zuschauer erwartet, erfährt ihr jetzt. Ah, Freunde, ihr wisst, dass ich immer dankbar bin, wenn ihr ein Abo hinterlässt und auch einen Daumen nach oben. Hat euch am Ende das Video nicht gefallen, könnt ihr diesen Daumen immer noch entfernen. Aber so einen kleinen YouTuber wie mir hilft das schon im Joghurt-Algorithmus. Aber genug gelabert. Resident Evil! Es gibt zwei wichtige Ausgangspunkte für diese Serie. Einen kennen wir schon aus dem Trailer. Das Weiße Haus wird von Zombies infiltriert. Wer steckt hinter diesem Anschlag? Leon S. Kennedy und zwei weitere Protagonisten versuchen herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Einer davon ist der ehemalige Chef der Einheit Mad Dogs. Und mit dieser Einheit beginnt auch der Film. Wir sehen sie im Einsatz in Penamstan. Wo liegt denn Penamstan, wirst du jetzt sagen? Kennen wir nicht. Ja, ist ein fiktives Land. Gibt es nun Resident Evil-Universum und liegt genau dort, wo Afghanistan und Pakistan liegen. Also direkt vor China. Was für den späteren Verlauf der Serie auch nochmal wichtig wird. Wir sehen, wie Schüsse fallen. Es gibt Explosionen, Action, Adrenalin pur. Und das Bild ist unglaublich geil. Also es ist eine unglaubliche CGI-Technik. Ich war davon begeistert. Jedoch dachte ich auch, das wird jetzt so ein Action-Geballer-Gedöns. Und ich hätte mir dann doch ein Horror gewünscht. Und ich wurde nicht enttäuscht. Direkt Sekunden später begann der Horror. Ja, Action und Horror treffen sich in dieser Serie auf Augenhöhe. Wer Resident Evil kennt die Games oder die Filme, der weiß, es gab immer diesen Zwiespalt. Möchte ich jetzt im Horror-Genre bleiben? Oder möchte ich doch in ein Action-Genre übergehen? Resident Evil 8 hat beide Elemente wunderbar verbunden. Und das gelingt auch der Serie. Ich glaube, das ist nicht einfach. Denn wir erfahren hier Action, ohne dass der Gruselfaktor verloren geht. Die zweite Hauptprotagonistin, die wir aus den Games kennen, neben Leon S. Kennedy, ist Claire Redfield. Beide treffen sich zufällig im Weißen Haus. Wir kennen das ja. Wir sind gerade mal im Weißen Haus unterwegs. Und dann treffen wir den einen, den wir kennen uns doch. Weißt du noch? Diese Zombie-Apokalypse, die wir gemeinsam überlebt haben. Ja, genau. Ja, also dieses zufällige Treffen findet dann im Weißen Haus statt. Claire präsentiert Kennedy etwas, was sie aus Penhamstan mitgenommen hat. Dort arbeitet sie nämlich inzwischen als Flüchtlingshelfer. Die Zeichnung eines kleinen Jungen, das doch sehr an Raccoon City erinnert. Und hier stellen sich noch mehr Fragezeichen. Denn der einen Satz, der am Anfang gezeigt wird, da fehlen etliche Szenen. Wir wissen nicht genau, worum es geht. Wie lief es weiter? Was ist dazwischen passiert? Also, uns werden Fragezeichen hinterlassen, die Stück für Stück aufgeklärt werden. Und das in allerbester Resident Evil Manier. Wir kennen das. Wir müssen irgendwas erkunden. Häuser, Räume. Wir finden Sachen. In dem Fall zum Beispiel einen Bilderrahmen. Und in diesem Bilderrahmen, wenn man den genau untersucht, versteckt sich ein Zettel. Und dieser Zettel erzählt die Geschichte weiter, was eigentlich hier los ist. Und wie auch in den Games gibt es mal eine versteckte Tür oder einen Schrank, den man verschieben muss, um an weitere Informationen zu kommen. Das Coole ist, die Informationen bekommen wir hier nicht in reiner Textform, sondern in Rückblenden. Wir bekommen dann immer wieder einzelne Szenen aus Penhamstan präsentiert, was da eigentlich passiert ist. Und Stück für Stück ergibt sich dieses Puzzle. Das Ganze ist nicht linear. Wir sehen mal aus der Geschichte eher das Ende, eher die Mitte oder den Anfang des Einsatzes. Und am Ende haben wir ein gesamtes Bild, was dort passiert ist. Hieraus erklärt sich dann auch die Intention, die Motivation der einzelnen Protagonisten und inwieweit sie miteinander verstrickt sind oder gegeneinander arbeiten. Das alles entscheidet über das weitere Vorgehen des Präsidenten, den wir auch aus Resident Evil 4 kennen. Hier im Hintergrund die Flagge des fiktiven Staates Penhamstar. Ich finde die Story wirklich gut. Die Protagonisten, ihre Geschichten sind alle miteinander verwoben, führen zu diesem einen Szenario hin. Wunderbar, es ist etwas, was bislang, wie ich finde, bei den anderen Filmen, ob nun Real-Action oder animiert, nicht so gut gelungen ist. Was auch richtig geil gelungen ist, der Survival-Horror. Ja, dafür ist Resident Evil bekannt. Und wenn ich mir so Filme angucke wie Resident Evil Vendetta oder die Filme mit Mila Jovovich. Mensch, Mensch, ja, da habe ich nicht wirklich so das Gefühl, oh oh, jetzt wird es bedrohlich. Die Protagonisten kriegen das alles ohne Probleme hin und knallen alle links und rechts ab. Notfalls auch mit der Faust. Schaffen sie alles kaputt zu schlagen. Nee, die Serie schafft es Claire und Leon in bedrohliche Situationen zu bringen, wo man mitfiebert und sich fragt, wie kommen die jetzt aus dieser Scheiße hier raus? Die Elemente aus Resident Evil Games wurden wirklich flüssig in die Serie reingeschrieben, ohne dass es gekünstelt wirkt. Die Information, die man finden muss. Die Intrigen, die einzelne Personen dort spinnen. Und natürlich gibt es auch Zombies und wie der Trailer auch schon verraten hat, gibt es ein Tyrant. Das sind die bekannten Elemente. Es werden allerdings auch noch neue Elemente mit hinzugefügt. Das Weiße Haus, der Präsident, der eine wichtige Entscheidung treffen muss. Der Tyrant, den wir im Trailer sehen, ja, haben wir alle erwartet, es gibt einen Tyrant, aber wie er sich verhält, völlig anders, als es uns bekannt ist. Ich möchte nicht spoilern, schaut euch die Serie an. Und was auch neu ist, gute Dialoge, wofür Resident Evil eigentlich echt nicht bekannt ist. Stichwort das Jill Sandwich, ja. Wir haben also alles, was wir brauchen. Horror, Action, Rätsel plus neue Elemente, die Resident Evil verbessern. Ja, einen kleinen Wermutstropfen hätte ich am Ende dann doch noch. Ich habe ihr gesagt, ich als Fan, super geil. Ich bin begeistert und ich freue mich auf eine zweite Staffel. Ich möchte wirklich mehr haben. Durchaus gelungen. Allerdings, wie wäre es denn, wenn ich jetzt nicht Fan der Serie bin? Wie wäre es, wenn ich jetzt die Games nicht gespielt hätte und überhaupt gar keinen Zugang zu diesem Universum vom Resident Evil Universum? Hätte ich durch diese Serie Zugang gefunden? Ich glaube, nein. Ich glaube, mit Leon, Claire, dieser Charaktere, mit denen kann ich mich identifizieren, ist das falsche Wort. Aber ich habe einen Zugang zu denen aufgebaut, weil ich die Games kenne, weil ich sie gespielt habe oder die Comics gelesen habe. Ja, und ich denke mal, ein Außenstehender, für den wird das eher schwierig sein. Falls du mit Resident Evil bislang nichts zu tun hattest und diese Serie geguckt hast, es würde mich interessieren. Hat es dir gefallen? Konntest du Zugang finden? Ja, nein, vielleicht doch nur poppen? Und ja, ich werde immer wieder gefragt, wie kann man mir helfen? Nicht nur durch ein Abo, gerne auch unsere aktuelle Single, Allein für Niemand, von Metachemie. Gerne kaufen, Geld ausgeben, wenn ihr noch mehr ausgeben wollt. Gerne auch die EP Spirit Epson, die wir mit einer Sinti-Band aufgenommen haben. Fand ich sehr interessant, das Experiment. Aber das war es für heute. Ich bin Vic von Metachemie. Hier habt ihr noch zwei weitere Videos von mir. Und ja, ich hoffe, ihr zieht euch das Ganze rein. Bis bald, euer Vic. Bis bald, euer Vic. Untertitelung des ZDF für funk, 2017